Hallo und herzlich willkommen! Heute geht's in die Berge. Ja, 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 nicht in die Alpen, nein, nein, auch nicht in die Rockies. Ah, ah, nein, nein, es geht in die Todesberge. Ah, da erwartet uns nämlich der nächste Dungeon. Hmm, wir müssen mal schauen, wie wir da am sinnvollsten hinkommen. Müssen wir mal auf die Karte gucken. Jupp. So. Zack, zack, zack. Ah, ja, alles klar, da ist die Höhle. Okay, gut. Dann gehen wir da mal hin. Geht Gas link. Autsch. Das hat gezeckt. Der Aufstieg wird ein bisschen sehr erschwert, aber das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir schon hin. Wir sind ja auch gut gerüstet, ne? Wir haben ja zwei Feen, haben allerlei Items. Kann uns ja fast gar nichts passieren. Immer dieses Mai-Mai. Obwohl, das könnte ich mir jetzt nicht ablenken lassen. Ach, komm, jetzt hol's dir noch schnell. So. So. Weg ist es. Boah. Dann hat der Frieden Ruhe. Mama Mai-Mai ist glücklich. Nicht wahr? Gut. Dann jetzt aber wirklich auf in die Berge. Da, 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 ja, da, da, so ist es. Oh, hier können wir unseren, unseren Hammermaus probieren. und fluck. 100 Rubis und wahrscheinlich ein dickes Mai-Mai. Nee. Da unten ist es. Ach, es gibt so viel zu tun. Es gibt wirklich so viel zu tun. Jetzt ist es Stunk. So, gib es mir. Gut. Wir müssen ja hier nach oben, ganz klar. Was steht hier? Vorsicht tiefes Wasser, Lebensgefahr. Ja, wenn das da steht. So, wir müssen mal schauen, wo hier der Eingang ist, der Verdammte. Da ist er. Dafür brauchten wir auch die Krafthandschuhe, ganz klar. Ich habe auch hier oben noch eine Höhle gesehen. Wir schaffen es, glaube ich, sowieso nicht in diesen Part direkt in das Dungeon rein. Aber mal gucken mal, mal gucken mal. Zuck. Oha. Hey. 20 Rubis, besser als gar nichts. Na, da, 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 da. Oh. Jetzt geht es aber los. Versprochen. Zuck. Lassen wir uns jetzt nicht von quieken im Mai-Mais ablenken. Gut. Eine finstere, äh, bergrüne. Ei, ei, ei. Diese Würmer. Wow. Die Grafik ist doch so cool. Ta-da. Ta-da. Wow. Tchoo, tchoo. Chunk. Oh. Aua. Gut, gut Smash Na, und schon sind wir in den Bergen Achtung, meine Güte Das sieht gefährlich aus, liebe Freunde Mal sehen, dass wir uns hier irgendwie durchkämpfen Viele Gegner Was haben wir denn hier? Hey, auch Kleinvieh macht Mist Guten Was haben wir denn hier? Ein Safe Point, bitteschön Dankeschön Ein neuer Wetterhahn wurde auf der Karte eingetragen Möchtest du das Spiel speichern? Äh, nee, noch nicht So Aber erstmal will ich gucken, was hier unten vielleicht ist Ich höre doch da schon wieder an meinem Mic Ui, mittendrin Uah Hier wird hart geschossen Gut Ich glaube, hier werden wir die Bömmchen brauchen Na, ja, perfekt Gut Besser als nix, ne? Äh, na Na, den Bogen muss ich nicht nehmen Ah, ist schon ein bisschen tricky So Eieieiei Vorsicht, Rolling Stones Juck Gut, der war nicht lustig Doch, der war gut Batsch Oh, oh Ah, so geht das auch Man nennt immer noch dazu Ein Monsterherz Ach, diese Dinger brauchen wir später für die Hexe Ganz klar So, wo geht's denn hier hin? Okay Vorsicht, Absturzgefahr Gut, wir müssen aber noch eins höher 20 Robiner Wie schön ist das Und ein Mai Mai Jawoll Hier geht's ab Schon geht's in die nächste Höhle Oh, 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 oh Sehr gut, sehr gut Sehr gut, sehr gut Das läuft Ganz schön steinig hier Uah Au Das zeigt Da kommen wir jetzt nicht drüber Oder Nee Dann gehen wir mal hier lang Das ist verwirrend Da ist noch was Okay Ah, jetzt sind wir auf der anderen Seite Sehr gut Achso, da kommen Steine raus Nicht cool, nicht cool Nicht cool Jedenfalls bringt's jede Menge Kies Na komm schon Boah Boah, hier ist was los Zup Die Rolling Stones Wo muss ich denn jetzt hin Noch weiter hoch, oder? Jo Ähm Geht's noch? Boah Meine Herren Der Aufstieg hat's in sich gehabt Was haben wir denn hier noch Schönes Wenn wir ganz oben sind Nein, wir sind ja schon da Wie geil Cool Erstmal dem Wetter an die Wecken Einen Morgen Gruß Jupp Einmal saveen Dankeschön Geil Schauen wir mal Was hier noch so ist Obwohl, will ich das wissen? Hm Ach, jetzt noch nicht Ich würde sagen, wir gehen erstmal in die Festung Das machen wir Oh ja Oh man Los geht's Hera's Turm Hm Nehmen wir erstmal diese blöde Bombe da weg Was nehmen wir denn Nehmen wir mal den Pfeil und den Bogen Ja Besser So Zip, 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 zip Zack Ganz klassisch Was ich jetzt auch ziemlich geil finde Dass man ja Ähm Im Endeffekt ja schon alle Items hat Na Dann einfach so sehen muss Dass man das Beste draus tut Cool So Jetzt aber Zip Hey 50 Rubis Glaub mal Dass du noch viel, viel mehr brauchen wir später noch So Herasturm Oha Okay Da kommen wir so nicht drüber Ne Das Doch kommen wir Tup 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 Wer sagt's denn Zack Jetzt mal auf diesen Big Smiley Ja Und Boing Boah Diese Dinger hier Äh Kennt ihr noch Herasturm aus dem Äh Erlinked to the Past Meine Herren Zip Au Bin ja mal gespannt Wie weit wir kommen Äh Dich wollte ich doch noch Mensch Oha Hey Den Kompass Das ist gut Wie sieht überhaupt die Karte aus So Und so Ja Das ist nicht grad riesig So Schups Boing Ach Immer diese Smilies Okay Hier Bräuchte ich Okay Gehen wir nochmal hier runter Ich muss das glaube ich erstmal umswitchen Das kann man glaube ich aber auch eleganten lösen Ich würde hier gerade Genau so können wir es machen Äh Brauchen wir doch nochmal die Bomben Das reicht Perfekt So Machen wir mal lieber andersrum Das liegt neben mir Sorry So weiter geht's Ah Wir haben da gebürmt Äh gebürmt Hm klingt gut Gebürmt So jetzt kommen wir aber da oben lang Job Hauen auf das Smiley Hä Ach so Haben wir so Trottel Ich muss erstmal wieder ein bisschen umdenken Mensch Hab das wie gesagt schon so lange nicht mehr gezockt So Gibt's ja gar nicht So ist das Wir haben natürlich keinen Schlüssel Ist klar Weil der nämlich da oben liegt Machen wir es mal so Du hast einen kleinen Schlüssel erhalten Ja Das ist wunderprima Jupp Ganz schön zog ich hier Und Rahm Oha Also hier möchte ich nicht unbedingt Höhenangst haben Hm Und schwupps Sehr gut So Und zack So wird's Zack 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 So Komm weg mit dir Du stinkig noch Mann Oh Die können ja gar nicht stinken Ne I So Dieses Gewurm hier Ach So Und zack Alles abchecken Alles abchecken hier Fünf Rupees Naja Oha Oha Ganz schön gefährlich Wie fies Wie fies Oha Oha Ach nee Das Herz Lassen wir mal So Ja Wie war das? Okay, das funktioniert so nicht, liebe Freunde. Ach so. Klar, bestimmt mit diesem... Oder? Weiß gar nicht. Nee, das hat auch nicht funktioniert. Okay, gut. Gehen wir erstmal wieder zurück. So, komm mal her. Ach, das war knapp. Das war knapp. Knappi Kowski. Oh, oh. Na, wollte ich stunk? Na, nein. Schmeiß nie mit Knochen. Ach, wie fies. Ah, ja, ja, ja. Zack, zack. Weg ist es. Sehr nice. Oh. Jupp. Coole Sache. Ah ja, gut, damit geht's auch. Alles klar. Aber wir nehmen mal lieber das Hämmerchen. So, was machen wir denn hier? Hier heißt es auf jeden Fall Bomben, so wie ich das sehe. Äh, jupp. Jupp. Das ist doch schon ganz praktisch, wenn man, äh, alle Items dabei hat. Okay. Okay, hier gab's nur ein Monsterherz. Und hier. Na. Das sieht so gar nicht richtig aus. Und schwupps. Achso, so geht das auch. Ah. Hey, jetzt haben wir auch den Key. Und Schwuppsikowski. So. Dann haben wir das auch. Jetzt heißt das Timing. Ui. Oha. Oh mein Gott. Oh, hier gibt es auch noch was. Oha, egal. Oho. Ah, alte Bekannte. Komm, wir machen mal so. So. Am besten das Schild ziehen. Oha, da gibt's viel. Gut zu wissen. Und ein bisschen Kohle. Guten. Okay, das sollte nicht passieren. So, ich denke aber mal, dass es gleich zum, zum guten Hera geht. Ah, wir sind noch nicht ganz durch, wir sind noch nicht ganz durch. Ach, Käse. Ich mag ja diese Bumper hier nicht. Also gar nicht, ne? Ah, Batsch. Bam. Gut, gut, gut. Okay, die müssen wir jetzt alle Power on schalten. Oha, oha. Ich glaube, wir kommen der Sache immer näher. Äh, falsch. Äh. Wie fies. So. Gut. So. Auf ein neues. Jetzt haben wir es. Hey. Damit haben wir den großen Schlüssel. Und was kann man mit dem großen Schlüssel? Na. Hey. Hier runterfallen. Alles klar. Das ist ein bisschen tricky. Jetzt haben wir es. Alles klar. Ja. Und wer der nächste Boss ist. Na, na, na. Sehen wir im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.